Hallöchen ihr Lieben, heute zeige ich euch den wunderbarsten Kuchen, den ihr euch vorstellen könnt. Er ist super köstlich und ganz schnell herzustellen. Als erstes macht ihr den Boden und gebt ihn in die Form. Dann stellt ihr die Mohnmischung her. Das hier ist der Guss. Der kommt zum Schluss. Alle beiden Mischungen gebt ihr auf den Boden. Als erstes natürlich die Mohnfüllung. Diese streicht ihr schön auf dem Boden gleichmäßig. Und dann gebt ihr den Guss über diese Mohnmischung. Und der muss ganz vorsichtig aufgetragen werden, damit alles sich nicht vermischt. Das Ganze kommt dann bei 140 Grad in den Backofen bei Umluft für eine Stunde. Und draus kommt dann dieser unglaublich köstliche Mohncheesecake. Und ihr müsstet ihn einfach probieren. Er ist mega lecker und schnell fertig. Also guten Appetit!